Moin Leute, Willkommen zu einem neuen Video, ich hoffe euch geht es gut, mir geht es sehr gut. Heute spielen wir wieder eine Automatic Map, so wie ich halt im letzten Video schon angekündigt habe. Ich hoffe euch gefallen die Videos, also mir machen sie Spaß aufzunehmen. Ok, das war mein Fehler, glaube ich gerade, nochmal von neuem, so, das muss fehlen zu mir, ja, ok, ab jetzt drücke ich nur noch Gas. Alles automatisch, ja, perfekt gelandet, so, hier wo, hier auf die Plattform, so wollen wir das natürlich. Hier muss ich bisschen mit lecken natürlich, weil sonst, äh, drückt den Sprung nicht. Aber, jetzt muss ich ihn nicht verlecken, also ab jetzt. Okay, jetzt muss der Gerne landet, nehmen wir gleich, ich brauche nicht mit. Ok, also bis zuerst noch alles Automatik. Boah, das sieht doch gut aus. So, auf jeden Fall eine Full-Automatic Map und keine halbe. Joa. Und wenn euch an dieser Stelle die Videos gefallen, könnt ihr gerne ein Like da lassen und ein Abo, hier muss ich wieder mitlenken. Und natürlich die Glocke aktivieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Oh. Bruh. Das war's nochmal komplett. So, hier rechts rum, hier links rum, da ist jetzt keine Automatik mehr so richtig, ne, aber eh, eh, vielleicht muss ich weitergehen, ab jetzt glaube ich, dass ich wirklich weiß. So, hier muss ich auch selber linken. So, hier muss ich auch selber linken. So, hier haben wir sonst... ...liegen wir hier aus dem Kals raus, aber jetzt ist es zu laut in der Mitte Zeit. Okay, ja. Hier hab ich jetzt mal gelegt. Boah, hier ist alles. Boah, ist schon safe, alles. Ist schon geil gebaut, die Map. Das muss man sagen. Und nochmal. So, Leute. Und dann sind wir auch schon ein... Ziel. Wir sehen uns bei der nächsten Automatik-Map. Bis gleich. So, Leute. Willkommen zurück. Aus euch was jetzt nicht lange. Für mich halt schon... Also, war's jetzt so lange, aber schon lange. Ja, ich bin zunächst mit Map gewechselt. Mal gucken, wie die ist. So. So, left if. So. So, Automatic. So. Das war jetzt nicht so automatisch, aber egal. Wollen wir sehen nochmal neu. So, 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 ja. Ah, jetzt klappt. Oh, schön. So, schön. Can I be landed? Oh my god. There is a Slank. Oh, alright. This is the Automatic. Also, I'm not using 7-0. So, I'm just playing. So, I'm just playing. Oh. 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 gewesen sein. Wir sehen uns auf der nächsten Auto Map Map. So Leute, willkommen zu der ja, nächsten und gleichzeitig der letzten Map für heute. Doch, wie es geht, muss ich mal sagen. Hier links um. Äh, ja gut. Okay, das ist jetzt hier nochmal weiter. So, hier geht es jetzt hier weiter, da freige ich mich gerade, dass ich da bis hier weiter geht. Wisst ihr, was ich respawn einfach. Ich glaube, das sollten wir hier machen. So, jetzt geht's los mit Autofen. Oh, das geht so. Oh mein Gott. Der Flip ist super geil. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich zeige dir jetzt schon mal an dem Map Abort, der die Map Abort hat. War dies echt heftig. Ja, perfekt. Oh, jetzt kommt wieder so ein geiler Flip. Oh mein Gott. Sieht mir so geil aus. Ich ausstieg nur Gas, ne, ich lenke mich noch gar nichts. Das ist so geil. Einfach ne Shark-Card hat er denkt immer. Ne Shark-Card werbung hier. So, ab hier muss ich den natürlich mehr lenken, weil... ...und du wachst, die Kurvenfall kann ich mir so sagen. Ach komm, weil die Map so schön war und die ich aus Versehen zwölf und eingestellt haben, haben wir jetzt direkt noch ne Runde. So. Jo. Neue Weltrekord aufstecken und schnell Respawn. Neue Weltrekord wie gleich ist angezeigt. Neue Weltrekord wie gleich ist angezeigt. Gucken, irgendwas war jetzt in der Zeit, was klingt, bin ich mal gespannt. Boah, das ist so smooth, ne. Ja. Gut, das ist auch alles. Sie können es euch mal bespauen, aber... Ja, mittlerweile geht es ja angeblich nicht mehr, soweit ich weiß. Also wenn ihr es besser wisst, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich weiß es gerade nicht. Aber ich glaube, seitdem die das geändert haben, mit dem, äh... ...Mit dem, äh... ...Ibi Tor, äh, kann man auf PS4, glaub ich... ...ja moin... ...keine Automatic mehr bauen. Ja, ich denke, dadurch wird es jetzt kein Weltrekord mehr durch diesen Fehler, gerade vor allem... ... mir oder beziehungsweise vor dem Spiel, keine Ahnung. Auf jeden Fall vor allem im Smooth, ne. ...ja, okay... ...ja, okay... ...bisschen mal auf... ... deswegen... ... ist gerade ein bisschen gewundert, aber das ist so... ...fühlt sich... ...bisschen geil... ...bisschen... ...geil... ...feier den so. ...und dann, wenn man es auch schon schafft... ...so, auf Ziel... ...und dann sind wir fertig. ...und wenn ihr mehr von diesen Videos sehen wollt, könnt ihr gerne ein Like gelassen... ...und... ...natürlich abonnieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst... ...und wenn ihr benachrichtigt werden wollt, auch die Glocke aktivieren. Jo... ...ich würd sagen, wir haben das Rennen jetzt beendet... ...jo... ...das soll es dann aber jetzt dann mit dem Video auch gewesen sein... ...wie schon am Anfang dieses Rennens gesagt... ...jo... ...bis zum nächsten Video... ...tsau...